Hallo Leute, ich war gerade auf dem Schweigemarsch für Ruven und hier kommen jetzt die Bilder vom Abmarsch am Potsdamer Platz in Berlin und bei der Ankunft an der Landesvertretung Baden-Württemberg, auch in Berlin, im Botschaftsviertel. Die Bilder sprechen für sich. Berlin hat Anstand, keine Störer, keine Antifa, keine Gegendemonstranten. Dafür aber hunderte, wenn nicht gar tausende von Menschen. Schaut einfach selbst mal rein. Ja, ich kann hier noch mal hoch. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ......